Servus Leute, heute habe ich zwei Szenen für euch, beziehungsweise zwei kürzere Raids. Einmal auf meinem Main-Account war ich auf Factory unterwegs mit der Shrimp-Pistole. Und ja, wie es auf Factory so ist, ordentlich PvP, kurzer und knapper Raid, ging ordentlich zur Sache. Und ja, hatte hohen Unterhaltungswert und dann auf Reserve auf meinem zweiten Account. Und da war auch ordentlich was geboten, ich war eigentlich ein bisschen am Questen, hab Tag-Off-Shooter gemacht und Bunker Part 2, soweit ich mich erinnere. Und ja, es ist ein bisschen was dazwischen gekommen und ja, war dann auch ein sehr unterhaltsamer Raid. Wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Ich bin übrigens leidens täglich live auf Twitch, twitch.tv. Da würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst, Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit den Raids. 40 Meter, okay. Achso, okay. Hast gewonnen, na dann. Gamble-Aware oder wie heißt es immer? Oh ja, quer hier über das Feld. Let's go. Kann bloß gut gehen. Ich hab hier irgendeinen mitbekommen. 35 kauf. Nein, was? Irgendwie hab ich gehört. Hier unten was geht? Oh. Komm schon. Och. Ob ich dem da die Mütze wegschießen kann? Habe ich noch einen Schuss? Ne, ne? So, dreimal Beinschüsse haben wir schon. Jetzt müssen wir bloß noch zwei Scafs über 40 Meter headshotten. Wo ist er? Da ist er. Ah, das war kein Headshot. Ich glaube nicht, dass das ein Headshot war. Ah, verkackt. Mal kurz Shooterborn in Heaven schon mal machen. Ne, war keiner. Fuck. Ansonsten kein Scaf hier. Halt auf. Wenn man sie braucht, ne? Wisst ihr, wie sie ist? Gieß und sowas brauche ich doch noch. G-Phone. 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 Das war's. Okay. Das weiße Tod, einer lebt noch. Auf dem Dach ist er. Das weiße Tod, einer lebt noch. Gut, das sind drei Tote. Wie nett, dass ich zu sehen komme. Ja, und dass sie auch noch wo sterben, wo ich sie gut looten kann. Sehr freundlich. So eine HD ist da halt schon Gold wert. Oh, schau mal die Mosi in den Ecken. Okay, wir schauen noch kurz nach einem Scaf. Ich muss noch zwei Scaf's headshotten. Oh. Oh. Ist der tot oder nicht? Wo ist Nummer 2? Oh man. Oh man. Fuck. 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 Und jetzt ist er. Äh, what? Hä? Gläuter, ich bin verwirrt des Grauens. Was ist hier los? Hm. Ah, verdächtig. Sehr verdächtig. War Müller vielen Dank für ein Follow bekommen. Ähm. Oh, genau, wo ich ihn gesehen habe. No. Hahaha. Scheiße. Och, Mann. So eine gute Runde. No. No. ACP. Holzmatch. Scheiße. Oh, shit. Haben wir über gute... Haben wir über gute Amo gesprochen? Wow. Haben wir gerade über gute Amo gesprochen? Ei, ei, ei. Knappe Kiste. So... Knappe Kiste. Knappe Kiste. Knappe Kiste. All righty. Gut, dass ich sie max dabei habe, allerdings, ne? Allerdings. Natürlich steht da erstmal Tagila und tankt wie ein ganz großer. Also ich brauche einen Rucksack, dass ich Tagila looten kann. Ähm. Get shrimped! Sorry. Ähm. Aber einmal pieke ich noch, ja? Genau. Einmal geht noch. So eins, zwei. Moin Moravio. Einmal pieken geht noch. Shit. Revolver. Aber das ist auch ein Spieler. Sind alle tot. Okay. Einmal pieken geht noch. Okay. 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 Ja, das war doch ganz gut Progress, würde ich sagen. Und den hier. Den hier. Den hier. Wie der mir eine verbraten hat auch mit dem Hammer. mal. Aber da war Tagila halt schon wieder zahm, ne? Wollten die hier schon raus oder was? Ich glaub, die wollten hier schon raus. Und sind auch nochmal umgedreht, die zwei, die ich zum Schluss gekillt hab. Na gut. Na gut. Da war trotzdem bloß drei Kills, ne? Ich dachte, das wären mehr gewesen. Dann zwei lagen schon am Boden, ne? Ah, trotzdem Tagila war auch dabei. Rainbow, danke schön für den Prime. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke, dass dein Prime bei mir lässt. Danke für die netten Worte.